so er hat mich gerade die also angeflasht auto tech geht und ich war tot so das hat schon gar auf der top länge so kann hallo können wir die lamer swappen ich mach gar nichts ich stand grad und dann taue hat mich angeflasht in minuten acht angeflasht auto tech geht ich war tot so jetzt sind dass ich lesen planks wird nur noch schlimmer ich fiel ihn und dann kriegt ihr nicht tot und wir haben das game verloren wir können jetzt schon ff die bei den zehn so Ich frage mich, ob jemand ist im Chat. Hallo? Hallo? Es gibt so viele weirdos hier. Es ist großartig. Gibt es etwas Neues? Es wird gut. Plus zwei. Hallo, hallo? Guten Tag. Kann man hier Flex-Q spielen? Jaja, ich habe euch schon eingeladen. Über Discord. Oh. Oh, ja. Über Discord eingeladen. Ah, hier, ja. Ja, Tatsache. Pass mal. Accept DM. Junge, was ist da denn los? Beitreten! Wait, funktioniert das jetzt? What the fuck? Als ob? Holy shit. Das ist crazy. Das wusste ich nicht. Ja, das ist geil. Ich frage mich nicht, wie die das gemacht haben. Wer das ausgelastet hat, der hat bestimmt... Aber jetzt ist mein andere Account, mit dem ich gerade eingeloggt war, auch mit reingekommen automatisch. Ist ja funny. Ich gehe mal ganz kurz da raus. Hehehehe. Jetzt spielen wir Flex-Q. Ja, ich wäre auch... ready. Oh, ich mag jetzt. Ahja, die langen Q-Times. Man kennt sie. Smart, Centacolo. Smart. Not bad. Den 1st bekam, Reuel. Ah, kein Fehler. Ich habe vorhin gegen eine richtig gute Zoe gespielt, die hat so viel damage. Eine Q hatte ich mir ja auch. Wow. Das wird richtig entzählen. Also ich finde, Zoe ist aber trotzdem meistens irgendwie übel zu. So, dass wenn die dann in meinem Team spielen, sind das immer so... Ne, so wie es halt ist. So ein Gegnerteam sind die immer stärk. Ja, ja. Ja, Zoe ist tatsächlich recht useless, ja. Na, was ist bei mir jetzt noch? Von mir? Von Lunabeast-Army. Der... Also ich nenne das so. Der ist mehr Sporty-Pan. Der 4-Hit, nennen wir das. In Deutsch. Okay, aber die sind so Low-Elo alle. Stimmt, stimmt. Dass wir gegen Gold-Platten-Spieler spielen. Holy shit. What? Liebe. Oder? Schauen wir mal. Irgendwie ist das schon wie eine Behinderung, sieht das aus. Das Problem ist aber, ich muss so 50-0 oder so gehen, um das Game zu gewinnen, weil... Irea und Kane sind super Low-Elo, glaube ich. Also Freitags oder so mit ein paar... Bronzer. Ja, die sind Bronzer. Die sind schon 43. Holy shit. Und mein einziger guter Spieler ist auf einer Position, die er nicht spielen kann. Stimmt. Kannst du die Lines drauflegen auf ihrer Stirn und ordentlich einen reinziehen. Ey, solltest du dich abletzt? Hä? Stimmt. Stand ist ja ganz schön im Gefallen, ey. Und lieber wieder zu uns. Oh mein Gott. Guys, enjoyt ihr Low-Elo-Talk so sehr wie ich? Oder ist... Also ich find das so... ...witzig. Oh, und er redet auch so viel, ich liebe das. Ja, ja, ja. Oh ja, erzähl... red noch mehr. Sag noch mehr Sachen... ...die alle super viel Sinn ergeben. Oh, ich muss gucken, dass der Blitz dir nicht wegguckt. Hm. Ja, wir können das gut machen. Ja. Wollt er schon nicht machen, Jungs. Das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Nee! Oh, sorry. Ha! Der Heka-Bot-Set ist einfach nur noch. Krass, ich dachte, der wäre Low. Aber der war Full-Live. Der Heka? Ja. Wir hatten hier ein Ward auf ihm, der war Half-Life. Dann hat er das Camp gemacht, dann auf einmal war er Full-Live. Ach, nein. Nee, der FD-Eindruck ist das schon in 10. Guess. Guess, that makes sense. Jetzt... Als ob die mich erst noch kriegt, Alter. Leck mich ab, Alter. Ja, du hättest, glaub ich, hinterher flischen sollen. Was willst du das? Ich hab doch gemisiert. Okay. 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 Zwei Täterin. Die wollen mich doch verarschen, Alter. Alles klar. Okay. Okay. Okay, ich bin gleich fest. Alter, Junge. Der hat kein zu fehlen, Leute. Ich denke, das ist der Lass. 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 Was? Also, jetzt hab ich schon eh verloren, so, weil du die ganzen XP auch nimmst. So, jetzt hab ich schon lange verloren. Du hast grad die Wave reingepuscht, einmal unnötig auch. So unnötig war es jetzt nicht, weil wir Gold bekommen haben. Weil ich hab halt immer noch keine XP. Immer noch, immer noch, nimmst du den ganzen XP halt. Der ist viel früher jetzt Level 6, weil ich viel früher. Also, ich hab mir Lane schon verloren. Spätestens, wenn der 6 ist. Ich bin gleich immer hoch. Und ich hab ein bisschen experimentiert. Das ist der Lass. Na, ich glaub, wir müssen erstmal chillen. Die sind grad ein bisschen stärker als wir. Guck, der ist 5. Guck, ich mach gar nichts. Guck, guck's an. Guck. 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 Guck, der ist so funny, ist so funny, ist so funny. Der ist so funny, ist so funny. Der ist so funny. Ich ist vorbei. Ich mach gar nichts mehr. Junge. Nee, das war's, Digga. Ich mach das Game gar nichts mehr. Das war nur das Bargeld. Ja, gut, 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 gut. Schön. Ah, ich liebe das. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hast du den? Ja, ja, stimmt. Oh mein Gott, er ist so sauer. Er ist so sauer. Oh, 2. Aber das Level Gap hat genau gar nichts gemacht, der wurde einmal gegankt. Kannst du die Web nicht reinpushern? Geh in die Jungle. Ja, das ist schon gut eigentlich, dass ich das reinpushert. Du musst die jetzt verlieren. Und das Reset hilft dir in die Mitte. Ich hab das nicht genommen. Das ist mir aus der Aufbranche aufgegriffen. Buflein war sehr nützlich. Kann man auch. Aber ich glaube, letztens ist das ganze... Ja, das ist ein sehr. Wo ist der? Mit der Flieder da. Hätte ich auf jeden Fall einen Pinkwart in die gleichen Felsen. Ja, das ist ein Grape. Ähnlich ein Grape. Oh, so ein Hurensohn. So ein Hurensohn. We're moving, we're moving, we're moving. Ja, we're moving, we're moving. Alter, das kommt irgendwie aus. Aber ich hab nichts mehr. Egal, egal, egal. Ich wollte auch, dass ich so schnell ich kann. Oh, mit dem... Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Er hat mich gerade... also angeflasht auto tag geht und ich war tot so das hat schon gar nicht so kann hallo können wir die lamer swappen ich mache gar nichts ich stand grad und dann taue hat mich angeflasht in minute 8 angeflasht auto tag geht ich war tot so jetzt sind dass ich die nächsten planks es wird nur noch schlimmer ich finde ihn und er kriegt ihr nicht tot und wir haben das game verloren wir können jetzt schon ff die werdet sehen so ja wenn aber nicht einer kommt dann verlieren wir automatisch so er machte jetzt die ganze zeit weiter so ja wo ist denn das team so das ist ein team game so spielt man denn die games weil man sonst verliert weil die mich komplett ausgallen ich krieg kein farm ich bin kommen wir mal gehen wir mal auf die mann immer durch darauf der tötet mich ja ich bin auf dem weg das problem hat mal kurz die luft angehrauf ich bin auf dem weg nochmal übrigens aber nicht dass ich gegen ihn ich spiele ich glaube ich verstehe es alle nicht jetzt können wir noch killen das hat nichts mit flame zu tun was sind früher morgen ich sage doch nur tatsachen dass ich gern die lane swappen will ja dann geht doch mit der dann geht doch dann geht doch bitte mitte wenn die wenn dann wenn du dann ruhig bist dann geht bitte mitte aber laber mich hier nicht voll holy shit ja sag einmal sag einmal was du möchtest wir versuchen das umzusetzen und wenn es dann nicht klappt dann klappt es halt nicht aber nicht 15 mal ich wiederholen von no reason dankeschön du siehst du dass alle nains installiert alle keine ausdauern natürlich gewinnt mitte ja normal die haben auch die besseren champions also mich countert auf jeden fall chugard pass auf ich geh jetzt den chugard fertig machen du kannst hier mitte gegen die gegen die andy fighten wenn du glücklich bist der blitzfrank alter ja der ist der alter der blitzfrank ach der blitzfrank carried hier allein hier unten solo der hockt die ganze zeit so weird sachen ne ja der blitzfrank egal ich habe einen ein paar länger vielleicht dann fliegen wir noch an glaube ich möchte du willst du okay ich mache mir natürlich noch blitzfrank der bisher driver okay 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 Schöner Solo-Kill. So, alles kein Problem, mein Lieber. Ja, ich komm nicht so gut, ehrlich. Ja, ich bin so sehr glücklich. Ja, meh, meh. Smite-Gott. Smite-Gott, ich beliebe ihn nicht. Awww. Nice try. Ne, Regia gewinnt ja das Matchup, das ist gut. Ich kann den Trugat da oben weiter belagern. Ich komm, ich komm Bot-Lane übrigens. Ich lauf direkt durch. Ja. 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 Ja, der drückt nur Q, der drückt nur Q. Ja, der drückt nur Q. Na, meint, ich muss doch Mitte-Deffen gehen. Ja, mach das. Ja, normal. Was? Oh, das ist... Oh, den Sand. Wenn der nicht huckt, ist der tot, ne? Ja, sehr gut. Oh, wild, klasse. Schön, Junge. Ja, ne? Den drückt. Geh schon mal rauf, dass er nen Turt vielleicht nicht bekommt. Ja. Ah, ich hab Hakrim bei mir. Warte. Ah. Ah, ich glaub ich verkauf dich gerade, aber Hakrim ist bei mir. Ja. Versuch einfach nur wegzurennen erstmal. Ja. Ich glaub ich komm raus. Ja. Okay, pick. Okay, pick. Okay, ich hab ihn. Ja. Der hat nur Ulti, glaub ich. Ich weiß nicht, ob er zumindest hat. Der hat so Ulti, passt auf. Der hat dann zählt so Ulti. Nice. Schön. Alright, not bad. Das Gegner, Bruder. Äh, ich hab's gesagt, das ist egal. Die Autotech kommt noch durch, ich bin so ein Wichs ADC, das ist geileses Tank, ne? So, ab in die Mitte. Äh, 30 für dich. Jupp. Okay. Ich hol nochmal Fixed Item, dann komm ich mit. Ja, ich geh auch weg von mir. Da bin der jetzt raus. Zieh den ein bisschen raus, ja. Ja. Ja, jemand fand der denn noch. Ja, der ist halt gleich, oh Leute. Ja. Habt ihr die? Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Hab ich. Ich bin der in die Mitte. Oh Leute. Alter, schöne Sachen, Zoe. Danke. Ich sehe gerne was du machst. Danke. Danke, danke. Insane, ne? Ist nicht mein erstes Game mit ihr. Ich bin zugeglüßert, hier ist das Gerät. Es gibt nichts da. Hast du, gönnt ihr. Ah. Okay. Ich komm langsam in eine Wechselzüge. Ja, wir sollten auf jeden Fall beenden, bevor die Drakes Hall spawnen, wenn wir die Drakes nicht bekommen. Den nächsten sollten wir auf jeden Fall versuchen, den gegnerischen Genre erstmal zu töten. nicht. Nee. Achtung, Chugat ist auch noch da. Renn, 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 renn. Na. Oh, lustig, ale. Ja, ich fache die Katze, Alter. Ich fache die Katze, Alter. Oh, Alter. Das ist ein Solo-Killing, meine Fresse. Hallo. Oh, Alter. Okay. Ich habe Angst. Das braucht mich. Okay, wo ist die Wave? Okay, lass mit... Für Turrets und für... Objectives spielen. Ja, wir können nicht mehr bauen. Würde ich uns sehen, ja. Lass mal machen. Go, go, go. Schnell barren und dann resetten für Drake. Einfach rushen das Ding. Die haben keinen Jungler und keinen Chugat. Okay, base, 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 base. Und dann gehen wir zusammen zum Drake. Ich habe Disconnect. Nevermind, bin wir ja da. WTF? Ah, warum hab ich jetzt high ping? Das ist nicht ideal. Gut. Versuchen wir... Bitte nicht den Drake machen, bevor wir nicht die Hackerim und Chugat tot haben. Keinen Bock, den zu verlieren. Dann haben die eine Wing Condition. Ich will keine Wing Condition. Also ihr könnt die ein bisschen rausziehen. Wenn die nicht kommen, machen wir ihn halt einfach. Aber ich nehme an, dass die kommen werden. Ja, ich habe gleich noch einen Platz. Da ist er. Da ist er. Dann schon. Okay, go, go, go. Ich habe schon einen Hacker. Die beiden. So, wir fangen Drake an. Machen er aber erst zu Ende, wenn wir Hackerim tot haben. Okay? Alles. Go, 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 auf ihn rauf. Mit Gebrüll. Okay. Okay, ihr könnt Drake machen, ihr könnt Drake machen. Ja. Ja, sorry, ich sehe die nicht komplett useless ist. Ich bin ganz leid. Ich bin ganz leid. So, und dann nehmen wir hier die nächste Wave und beenden. Oder nicht beenden, aber nehmen wir uns den Inip. Ja, das war die Linke. Ja, das war die Linke. Du bist genau der Linke. Ja, der Linke ist auf dem Boot. Ich gehe für den Bot-Towel. Zuerst du den Ball? Ja, ich mache das dann. Ich gehe für den Bot-Towel. Oh mein Gott, er hat Flash num 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 gemacht. Aber ist fine, ist fine. Ich kann meinen Flash aufheben und dann haben wir ihn gleich. Oh, soll ich so schauen? Okay, Dragon 30. Dragon 30. Ich pushe Mitte. Lass mal Botlane auch noch pushen. Ja, ich möchte das auch jetzt, du weißt. Oh, Dragon 10. Gleich vor. Ich brauch hier Hilfe. Mhm. Aber ich kann fokussieren. Kannst du den? Ja. Ja, der Sword. Schlimm. Ja, sauber. Oh nein. Oh nein. Ich bin auf dem Weg. Halte aus, halt aus. Pass auf, da sind noch mehr Gegner. Ist aber, glaub ich, fein. Wir kriegen Topside. Die Andy kommt zu dir, Irelia. Wir haben's gemacht und dann soll's was. Wir haben's gemacht und dann soll's was. Da hab ich ja auch gesteckt. Auf, 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 auf. Was? Perfekt. Perfekt. Luchs rennen? So ist die Magier. Ja. Ja, ich hab die Hex an. Kein Problem. Fuck. Egal, halt drauf. Ja, okay, was war scheiß drauf. Okay, wir brauchen... Also, ich mach den Blue und dann mach ich den Drake, I guess. Oster, die sind am Drake schon. Ja, genau. Ja, genau. Das war's. Ich hab's noch ein paar gekriegt. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Okay, okay, okay. Ja, ich hab's noch nicht. Ich bin halt Full-Bild. Wir müssen jetzt demnächst beenden. Lass Drake machen, Baron, und dann beenden, bitte. Okay. Wenn wir noch 5 Minuten länger spielen, ist das Game, glaub ich, vorbei. Dann kann ich nicht mehr carry'n. Ja, ich hab's noch nicht mehr. Ah. Ah, die Klappen, absolut nicht mehr. Oh, das ist nicht mehr. Oh, das sind zwei. Ja. Ich geh einfach noch vom Schrauben. Ey, abf ich den Weg. Ah, ha, ha, ha. Das ist kein Weg. Es wär ja weg, ey. Ich hab noch nen Slow für die Klappen. Wie ist das? Ach. So, wer ist das? So, ich hab's noch nicht mehr, euh. Nice Okay, okay, Baron und dann Wobei? Ja doch, ja, ne, lass bitte pushen Wir haben viel Zeit, wir nehmen auf dem Weg raus Den Baron, I guess Go, go, go Sollte ich gerade am Tryhiden bin, aber Ich will gewinnen Du ja, du stehst 30-1 Was soll ich dir erzählen Okay, wir haben Zeit, wir haben Zeit, go, go, go Jemand tanken bitte, irgendwer facetanken Wir haben nicht so viele Minions Dankeschön Ganz geil Ach, weiß er nicht Ne, ich hab gesagt Ich glaub, kein Ding, ich glaub, ich geh lieber Auf einen Loren Account, damit ihr auch Spaß haben könnt Ne, ne Das hat nix mit Spaß zu tun, ich wurde Gepound, hier, gecounterpickt Ich hab gegen Tioge gespielt, ich hab gar nichts gemacht Ja, ich kann keine ADC spielen, was soll ich dir sagen Pfff Und es war Darius und Fiora waren gebannt Wir bleiben so Unglaublich, Gwen war auch gebannt Ach, ja, boah, ja, wer ist Schade gemacht, Alter, aus dem Giener Kindlein Kann irgendwer ADC von euch gehen Das macht keinen Sinn mit mir, ich schwöre Ja 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 Ja